Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf, Nachwahl einer Schriftführerin. Mit Ablauf des 31. Oktober hat, wie wir wissen, Frau Cárdenas ihr Mandat hier niedergelegt. Es wird Ihnen nun mit der folgenden Drucksache 19, 3922 vorgeschlagen. Die Abgeordnete Faulhaber werden hier oben vorgeschlagen. Werden weitere Vorschläge gemacht? Das ist nicht der Fall, wer dafür ist, dass der Faulhaber hier oben Platz nehmen darf. Bitte das Handzeichen. Danke schön. Ist jemand dagegen? Stimmenthaltungen wird beschlossen. Frau Faulhaber demnächst. Herzlich willkommen.